Wir müssen wieder positiv sein. Unsere Mannschaft hat auch häufiger gezeigt, dass sie nach schweren Rückschlägen immer wieder zurückgekommen ist. Das haben wir, das haben wir geschafft, auch letztes Jahr. Und von daher, die Saison ist noch sehr jung. Wir haben zwei Spiele, eins sehr, sehr gut, eins sehr, sehr schlecht. Und jetzt gilt es natürlich, so schnell wie möglich einen Tritt zu kommen und auswärts eine Top-Leistung abzuliefern. Und das ist möglich. Ja, wir sind natürlich heiß aufs Spiel jetzt und wollen wieder unseren Fehler von Samstag, von letztem Samstag, unser schlechtes Auftreten wiedergutmachen in den letzten 25 Minuten. Und ja, freuen uns auf das Spiel. Ja, natürlich. Die Stimmung ist natürlich schon die ersten Tage angespannt, das ist doch ganz klar. Aber wichtig ist, dass wir trotzdem nach all dem, was wir jetzt auf die Fresse bekommen haben, wieder die Lockerheit und die Konzentration, der Fokus auf das Spiel in Berlin gelegt ist. Wir werden da nicht bestehen können, wenn wir hier total verkrampft auftreten. Das heißt, es darf auch wieder mal gelacht werden und es darf auch wieder mal Spaß gemacht werden. Wir machen das doch immer so. Wenn Spieler nicht mitfahren, die ruhen sich ja nicht dann nochmal aus und fahren nochmal weg, sondern die werden dann trainieren. Ja. Und ich hoffe, dass er nicht noch mehr herausfindet, dass ein anderer Spieler noch woanders war und der auch noch hinterher. Muss ich auch noch mitspielen vielleicht am Ende. Denny Saogo habe ich nicht als Linksverteidiger vorgesehen. Er ist letztes Jahr tief in die Hose gegangen. Ich glaube, bei Bayern hat er dort Linksverteidiger gespielt und deswegen haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht. Da will ich ihn eigentlich nicht mehr einsetzen.